Hallo und herzlich willkommen. Heute, 1. Juni 2022, stellt Sony nicht ein, nicht zwei, sondern drei neue Objektive vor. Und für alle, die mit APS-C oder Super 35 arbeiten, wird es jetzt sehr interessant. Drei sehr interessante neue Objektive. Das 1,8 11 mm, ein lichtstarkes Superweitwinkel, ein superlichtstarkes Weitwinkel, das 1,4 15 in der G-Ausführung und ein Zoom-Objektiv, und zwar ein Power-Zoom-Objektiv, 4.0er Lichtstärke, 10 bis 20 mm in der G-Ausführung. Alle drei Objektive für den APS-C Bildkreis gerechnet, das heißt ideal für die Kameras, die entweder mit Super 35 oder aber mit APS-C Sensor ausgestattet sind oder aber natürlich auch die Vollformat-Kameras, die dann in bestimmten Bereichen natürlich auch mit Super 35 oder aber auch APS-C einstellbar oder automatisch umgeschaltet werden. Also sehr universell einsetzbare Objektive und wir starten mal mit dem 1,8 11 mm. Und das 1,8 11 mm ist ein sehr kleines, sehr leichtes Objektiv, trotzdem haben wir sehr schöne Bedienelemente mit dabei. Wir haben den Autofokus-Manuell-Fokus-Umschalter und eine frei belegbare Taste, im Normalfall ist da eine Focus-Hold-Funktion drauf. Bei mir ist es meist ja eingestellt auf der Einstellung Augen-Autofokus-Mensch auf Augen-Autofokus-Tier. Also da eine sehr coole Geschichte, das frei zu belegen. Das 1,8 11 mm hat eine Naheinstellungsgrenze von 15 cm und diese 15 cm Entfernungseinstellung im Nahbereich gelten für den Autofokus-Bereich. Wenn ich hingehe auf Manuell-Fokus, kann ich mich auf 12 cm einstellen. Das entspricht einem Abbildungsmaßstab 1 zu 5. Und was das heißt, zeige ich euch gleich mal. Ich schließe mal die Kamera an, wenn ich sie finde. Eine ZV-E10 habe ich jetzt hier vorbereitet, wo wir hingehen und haben natürlich eine Kamera, die da sehr, sehr gut für geeignet ist, für das Thema Video und auch Foto. Wir gucken mal, weil wir hier natürlich jetzt eines machen wollen. Nämlich, ich will mal zeigen, wie nah wir wirklich rangehen können. Deswegen nehmen wir hier mal so einen kleinen Siemens-Stern, den wir da als Motiv mal nehmen. Hauen die Kamera mal an und ich schalte euch hier mal die Kamera zu. Und hier sehen wir, wie wir dann auch von der Kamera her, wir gehen erstmal mit dem Zoom zurück, von der Kamera her ja mit der Sucherlupe das sehr, sehr schön einstellen. Und hier sehen wir eines, dass wir quasi mit unserer Gegenlichtblende schon im Licht sind. Weil diese 12 beziehungsweise 15 Zentimeter, die gelten ja nicht, wie bei allen diesen Entfernungsangaben, nicht für die Frontlinse, sondern für die Sensorebene. So, und ich zeige euch mal, wie nah das dann ist. Wir gehen nochmal in die Vergrößerung rein. Machen wir hier ein bisschen die Blende auf, damit ihr mehr Licht habt. So, und auch hier wieder dann in die Vergrößerung hinein, dass wir das also wirklich ganz stark haben. So, und hier sehen wir, wie gering der Abstand ist. Das ist 1, 2 Zentimeter. Extrem stark. Warum? Weil, nochmal, der Abstand ja immer auf die Sensorebene gedacht ist. Und die Sensorebene, die ist ja bei diesen Kameras immer schön markiert. Ich blende das mal geschwind ein, damit ihr das mal seht. Diese Markierung der Sensorebene, das ist diese Geschichte hier. Dieses Zeichen, das ist die Sensorebene. Und hier sehen wir also, das ist dann der Abstand nach vorne, sind hier ungefähr 10, 11 Zentimeter. Sodass dann wirklich der Abstand zur Frontlinse bei der kürzesten Einstellentfernung von 12 Zentimetern so extrem gering ist. Also das sehr, sehr schön. Wenn ich schon mal die Kamera denn da drauf habe, möchte ich so ein paar Dinge noch ansprechen. Wir haben ja bei den Kameras und bei den starken Weitwinkelobjektiven heute eine Herausforderung, die da heißt, und für alle Content Creator da draußen ist das wichtig, der klassische Spruch, den wir in der Fotografie ja haben, Vordergrund macht Bild gesund. Das ist natürlich ein ganz starker Weitwinkelbespruch, dass ich also darauf achte, dass ich nicht einfach das Weitwinkel nur dazu verwende, viel drauf zu bekommen. Ja, dazu ist es auch geeignet. Aber da habe ich noch kein Bild verbessert, sondern das Bild verbessere ich, indem ich etwas in den Vordergrund reinlege, in den Vordergrund reinlege und dieses dann halt schön da auch da drin habe. Also dieser starke Vordergrund, den wir denn hier haben, der zieht natürlich dann auch in das Bild rein, vor allem wenn man da einen vernünftigen Vordergrund hat und nicht einfach nur einen Siemens-Stern. Der zieht also in das Bild rein und macht es natürlich dann interessant. Vor allem auch, ihr wisst es, Instagram stellt ja gerade um. Das klassische Instagram-Format, klassisch in Anführungszeichen, 5 zu 4 oder 4 zu 5, im Hochformat war das ja, wird umgestellt auf 9 zu 16, also quasi unser 16 zu 9er ins Hochformat gedreht. Und da muss ich natürlich ganz stark etwas in den Vordergrund haben, um hier auch nochmal entsprechend gesehen zu werden. Wenn mir das wichtig ist. Also das dazu, wenn ich das Objektiv schon drauf habe, gucken wir auch gerade mal nach einer Geschichte, die ja vielen sehr, sehr wichtig ist, nämlich das Thema der Sonnenstern. Und da habe ich hier mal ein Lämpchen vorbereitet. So, da muss ich jetzt nur gucken, dass ich da im richtigen Abstand dann bin, dass ich das auch wirklich schön sehe. So, und da muss ich jetzt hier mal drauf gehen. So, schauen wir mal, ein bisschen hier rüber noch. Ja, und hier sehen wir es sehr schön. Also ab etwa mittlerer Blende, wir sehen es jetzt, verliert es da so ein bisschen, so ab Blende 8 etwa haben wir also sehr, sehr schöne Sonnensternchen. Für die unter euch, denen das im Landschaftsfotografie-Bereich sehr wichtig ist, sehr schöne Geschichte. Aber das ist ja zum Beispiel auch, sind ja nicht nur Sonnensterne, die wir hier mit fotografieren wollen, sondern das sind ja auch Lämpchen und so weiter. Also, kräftig abblenden, da haben wir sehr, sehr schöne Sonnensternchen. Übrigens bei allen drei Objektiven, die sind dafür auch sehr, sehr schön gemacht. Der Filterdurchmesser liegt bei 55 Millimetern bei den beiden Festbrennweiten. Also hier bei dem 11 Millimeter und beim 15er haben wir beide 55 Millimeter. Und vom Linsenschnitt her, das ist für mich ja dann auch immer ganz interessant, was haben denn da so die Optikdesigner mal wieder Schickes gemacht? Weil die Herausforderung ist hier ja extrem klein, extrem leicht das Ganze zu machen. Extrem klein, extrem leicht und das wird hier erreicht durch zwölf Elemente in elf Gruppen. Und hier haben sie wirklich wieder ganz tief in die Trickkiste gegriffen. Drei asphärische Linsen, das sind die lila markierten hier und drei mit besonders geringen Brechungsindizes, also Extra Low Dispersion, das sind die hier grün schraffierten. Dadurch kann ich so ein Objektiv ja heute sehr klein, sehr leicht machen. Vor allem auch, weil bestimmte Dinge, wie zum Beispiel dann so die Wölbung des Bildfeldes, also ob ich jetzt tonnenförmige Verzeichnung oder aber eine kissenförmige Verzeichnung habe, das wird so ein bisschen rausgerechnet, deswegen kann ich das auch so kompakt machen. In einer super, super, super guten Qualität. 11 Millimeter, trotzdem kompakt, 57,5 Millimeter, 66 Millimeter Durchmesser, 181 Gramm. Und dieses geringe Gewicht ist natürlich für alle die interessant, die das gerne mal auf so einem Griff haben, sei es jetzt der kleine Kabelgriff, sei es jetzt der große Bluetooth-Griff, über den ich ja auch dann zoomen kann. Wir können ja bei der Kamera auch das Klabel-Zoom einstellen, so dass wir auch mit dem 11 Millimeter noch ein bisschen dann ranzubeln können. Und haben hier dann also die Möglichkeit, auch wenn ich es auf einem normalen Gorilla-Pod habe, die Kamera, so diese klassische Flocker-Geschichte, dass wir das also dann sehr, sehr schön dann auch einstellen können. Das lichtstärkere, nochmal zwei Drittel blenden, lichtstärkere 15 Millimeter, ist dann natürlich ein sehr, sehr schönes, starkes Weitwinkelobjektiv, wo wir hier umgerechnet etwa 23 Millimeter Brennweitenwirkung für Vollformat oder Kleinbildformat denn da hätten. Auch hier haben wir natürlich wieder das Bedienelement drin, auf das komme ich aber gleich zu sprechen, zuerst aber eines, weil wir haben ja hier dieses moderne Zweiring-Design, dass die Festbrennweiten, die neueren Festbrennweiten von Sony ja haben, dass wir also einmal den Ring haben für die Scharfeinstellung und dann wirklich direkt am Objektiv selbst der Ring für die Blenden-Einstellung. Bei den Zoom-Objektiven, bei den ganz neuen, haben wir hier ja auch dann nochmal den dritten Ring, logischerweise für das Zoom. Aber hier, weil Festbrennweite, das Zweiring-Design. Und da haben wir auch natürlich den Die-Klicker drin, das heißt, ich kann die Blende entweder so haben, dass ich sie höre, oder aber das Die-Klicken, also diesen Klicker auf Off stellen, und dann läuft das stufenlos und lautlos. Fürs Filmen natürlich dann sehr, sehr interessant. Also, das ist schon mal eine sehr gute Ausstattung. Auf der anderen Seite haben wir die ja jetzt schon bekannten beiden Ausstattungsmöglichkeiten. Einmal Autofokus, Manual-Fokus umschalter und dann die frei belegbare Taste. Das 1,4, 15er Objektiv ist sehr, sehr interessant von den technischen Daten her ja auch. Wir haben es eben ja schon mal angesprochen. Wir haben hier auch eine sehr, sehr schöne Naheinstellgrenze, 20 Zentimeter bei Autofokus. Ihr kennt das mittlerweile schon. Beim Manual-Fokus komme ich auf 17 Zentimeter ran. Das entspricht einem Abbildungsmaßstab von ganz grob 1 zu 6,6. Also auch da wieder sehr, sehr gut. Vordergrund macht Bild gesund. Und hier haben wir auch wieder einen Durchmesser des Filters von 55 Millimeter, sodass ich hier sehr, sehr leicht mit den Filtern arbeiten kann. Und wenn ich mit einem 1,4 Objektiv, wo ich ja Schwerpunkt auch auf diesen geringen Schärfenbereich, bei dem 1,8er, 11er, aber auch natürlich bei dem 1,4er, 15er noch mehr, ist es mir natürlich wichtig, dass ich da sehr, sehr schön auch die offene Blende nutzen kann. Dafür ist natürlich dann immer ein Graufilter interessant. Denkt nur bitte dran, den Graufilter da das nicht übertreiben. Ich zeige es mal ganz kurz, wenn ich das nämlich übertreibe mit so einem variablen Graufilter, dann habe ich ja gerne auch mal solche Kreuzeffekte drin und Farbabweichungen. Das zeige ich hier mal ganz kurz, wenn wir hingehen und das uns mal anschauen. Ich blende dazu mal die Kamera wieder ein, das Bild der Kamera. Und wir machen mal in den Hintergrund, zeige ich mal, wie wir den Filter einstellen. Gute, das ist jetzt ein Peter Headley, gute Graufilter haben ja eine Angabe. Wir sehen es hier, minimal und maximal. Und bewegt euch bitte in diesen Grenzen. Ich stelle jetzt mal die Kamera so ein. Ich gehe mal auf automatische ISO, damit ihr immer was seht. Und so, jetzt habe ich es hier ordentlich hell. Wir wollen es ja schön lichtstark verwenden. So, und wenn ich jetzt das über das maximal rausgehe, das seht ihr, dann hat man gerne diesen Kreuzeffekt. Deswegen bitte in den normalen Bereichen bleiben. Und da kann ich halt dann sehr, sehr schön das Ganze machen. Auch hier wieder, wenn ich da wieder über den Bereich rausgehe, dann habe ich da auch wieder den Kreuzeffekt. Also bitte in diesem Bereich minimal, maximal bewegen. Gute, wie gesagt, das hier ist jetzt ein Peter Headley-Filter, gute variable Filter, ND-Filter haben das. Und leistet euch bitte einen ND-Filter für so ein lichtstarkes Objektiv, wenn ihr damit filmen wollt. Weil nur dann macht das natürlich Sinn. Weil nur dann kann ich auch diese hohe Lichtstärke, die diese Objektive ja haben, dann auch sinnvoll einsetzen. Auch da wieder sehr, sehr aufwendig. Hier sogar noch aufwendiger als bei dem 1,8-11 mm. Das 1,4-15 mm hat 13 Elemente in 12 Gruppen. Drei Asphären auch wieder, die lilafarbenen. Nur eine mit extrem niedriger Dispersion. Und wir haben dazu aber noch mal eine mit Super-Extra-Load-Dispersion. Das ist, wenn ihr euch den Linsen schön anschaut, das dritte, kommend vom Sensor, das dritte Linsen-Element. Also eine super Idee auch mit drin. Deswegen wahnsinnig gute Qualität. Deswegen hat das Ding auch den G-Stempel gut verdient. Unwahrscheinlich schönes Objektiv. Gefällt mir extrem gut. Auch wegen der manuellen Blende, die ich direkt hier am Objektiv habe. Also ein sehr, sehr rundes Paket, das 1,4-15er. Und auch das relativ kompakt. Geht also auch noch prima auf meinem Gorilla-Pod, auf meiner Bluetooth-Fernbedienung, Schrägstrich-Stativgeschichte hier. Oder aber auch auf dem Gimbal. 69,5 mm Länge, 66 mm Durchmesser, 218 Gramm. Also sehr, sehr schöne Geschichte. Und das dritte im Bunde ist ja dann keine Festbrennweite mehr, sondern dann eine Zoom-Brennweite. Und die hat ja da auch wieder reichlich Bedienelemente drin. Die beiden kennen wir mittlerweile. Autofokus, Manual-Fokus-Umschalter. Hier die frei belegbare Taste und die Weitwinkel-Teletaste. Es gibt aber gefühlt 100 Möglichkeiten, das Zoom einzustellen. Zum einen können wir das über diese Zoom-Bibbe hier einstellen, direkt am Objektiv. Dann haben wir hier ein Drehrad, wo wir das Zoom einstellen können. Der oberen ist übrigens die Schärfe dann. Das hier ist dann also für den Zoom. Wir haben aber noch weitere Möglichkeiten, das Zoom einzustellen. Und zwar können wir hingehen, und da schalte ich mal wieder die Overhead-Kamera zu. Bei bestimmten Kameras haben wir ja direkt am diesem Knopf hier, am Auslöseknopf, die Einstellmöglichkeit Weitwinkel-Tele. Also das haben wir auch. Dann können wir ja bei vielen Kameras auch beliebig Tasten programmieren. Das heißt, ich könnte jetzt halt die Taste und die Taste, Gott weiß wie belegen. Bei mir habe ich es jetzt zum Beispiel auch bei einigen Kameras so belegt, dass ich hier Weitwinkel-Tele habe, also hier die Vierwege-Taste so belegt habe. Aber wie gesagt, da bin ich komplett frei in der Belegung. Haben wir also bei vielen Kameras da auch die Möglichkeit drin. Dann haben wir natürlich noch die Möglichkeit hier über die Bluetooth- oder Kabelfernbedienung das entsprechend zu machen. Es gibt ja nochmal die kleine flache Fernbedienung, die das auch entsprechend ermöglicht. Und natürlich auch die Steuerung über Smartphone erlaubt da auch nochmal die Zoom-Einstellung. Und was man mit dem Zoom, mit so einem Power-Zoom, mit dem motorischen Zoom alles machen kann, das schaut euch bitte bei dem Test meines, des Power-Zooms 1635er an. Da habe ich mal so ein bisschen zum einen in die Historie reingeschaut, Stichwort Dünnachs, und so ein bisschen in die Zukunft versucht reinzublicken, was damit für Möglichkeiten denn da sind. Wartet da mal auf schöne Firmware-Updates dann auch noch. Das 4.0 Power-Zoom 10 bis 20 Millimeter hat also auch da wieder eine sehr schöne Ausstattung drumherum. Die 20 Zentimeter Naheinstellgrenze auch hier wieder für Autofokus. Manuell Fokus können wir bei 10 Millimeter Brennweite auf 13 Zentimeter Objektabstand, denn gehen bei 20 Millimeter Brennweite auf die 17 Zentimeter, sodass wir einen Abbildungsmaßstab von grob 1 zu 5,5 bekommen. Also auch da wieder sehr, sehr stark vom Abbildungsmaßstab her. Hier haben wir, klar ist ein Zoom-Objektiv, braucht ein bisschen mehr Platz, 62er-Durchmesser und das macht mich auch so ein bisschen glücklich. Alle drei dieser Weitwinkel-Objektive, sei es jetzt die Festbrennweiten, sei es jetzt das Zoom-Objektiv, sind ja in der Lage, sehr, sehr schön, auch mit den kleineren Flächenfiltern ausgestattet zu werden. Und ich habe da ja sehr, sehr gerne das System von Case oder Kase, sagt der eine oder andere auch gerne. Das heißt, wir können hier auch das ganz Kleine nehmen. Wir müssen gar nicht das große 100er, 150er, 180er System nehmen, sondern wir können hier sehr, sehr einfach das 75er System nehmen, wo wir hier ja dann auch sehr kleine, sehr leichte Scheiben nehmen können. Und wie gesagt, in den Bergen ist das hier alles dann von Vorteil, wenn ich hier kleinere, leichtere Scheiben dann auch nehmen kann. Also hier auch wieder der Vorteil, sei es jetzt da Neutralgrauscheiben, stärkere dann zu nehmen für das Fotografieren oder Filmen, oder aber solche Verlaufgraugeschichten, ich schalte mal wieder kurz um, solche Verlaufgraugeschichten, wo wir da also hingehen können, einen zu hellen Himmel beispielsweise abdunkeln können, weil ich einfach das von oben beginnen ein bisschen dunkler mache. Also sehr, sehr coole Möglichkeiten, die wir hier haben, das 75er System von Case, das K75, dann entsprechend auch einzustellen. Also sehr, sehr schöne Geschichten. Schauen wir uns da mal jetzt den Linsenschnitt an. Der ist natürlich, weil Summobjektiv noch aufwendiger, elf Elemente in acht Gruppen. Ups, toll, was da geleistet wird. Drei Asphären, zwei mit Extra-Road-Dispersion, eine ED-Asphäre, das ist die, die so ein bisschen kariert ist in meinem Linsenschnitt, auch da wieder die dritte von hinten. Also ein extrem aufwendiger Aufbau, der hier es ermöglicht, ein sehr, sehr kleines, sehr, sehr leichtes Objektiv mit solchen technischen Daten dann auch zu machen. Wie gesagt, wir sprechen von einem 4.0 10 bis 20 Millimeter Objektiv und da dann noch Powerzoom, einen extrem schnellen Autofokus reinzubauen, ist echt cool. Vor allem auch, wenn ich euch gleich noch das Gewicht verrate. 178 Gramm bei einer Länge von 55 Millimetern und knapp 7 Zentimetern Durchmesser. Finde ich extrem faszinierend. Und jetzt schauen wir noch mal so ein bisschen was an, was ich mit den Objektiven gemacht habe. in die Wiedergabe. Und hier sehen wir also, was wir mit dem geringen Schärfebereich dann da auch schön erreichen können. Ihr seht, das ist mit dem 1,4er gemacht. Da haben wir natürlich den geringstmöglichen Schärfenbereich. Wir wollen nicht die Lautstärke einstellen. Nein, den geringstmöglichen Schärfebereich, den wir dann ja auch noch sehr schön ziehen können. Wenn wir hier jetzt also in die Wiedergabe gehen, sehen wir also sehr schön, wie ich mit dem sehr flüssig laufenden Fokus hier auch das Ganze machen kann. Hier stellen wir auch eines fest. Alle drei Objektive haben übrigens ein extrem geringes Lens Breathing. Also dieses Atmen, was wir normalerweise bei den Objektiven haben, was cinematisch ja extrem stört, dass ich also, wenn ich den Fokus verändere, den Vordergrund zum Hintergrund deutliche Größenunterschiede habe. Das ist bei all diesen drei Objektiven deutlich minimiert. Unterstützen natürlich auch das Lens Breathing, was wir in der FX6 und in der 7a4 haben. Also da ist ja sogar ein Lens Breathing Compensation. Da ist es natürlich dann bei Null. Aber auch hier ist es quasi wie fast Null. Gehen wir mal auf das drauf. Gucken wir uns das mal an, was wir hier haben. Also auch da so gut wie keine Größenänderung. Extreme Geschichten, die wir hier da auch hinbekommen. Unwahrscheinlich schöne Bilder, die wir hier mit der Kamera denn da hinbekommen. Gucken wir mal, was wir da sonst noch so haben. Ich habe, glaube ich, auch draußen ein bisschen fotografiert. Hier, ja, also auch da extreme Geschichten, die wir da so hinbekommen. Und hier auch mal, wie wir das mit starkem Gegenlicht auch haben. Also das funktioniert super schön. Hier auch noch mal Vordergrund macht Bild gesund. Hier also noch das JPEG aus der Kamera. Da kann man natürlich mit den Rohdaten noch mal den Vordergrund ein bisschen auffällen. Also unwahrscheinlich schön, was wir da hinbekommen. Auch hier dann so die Schärfefahrten, die wir da hinbekommen. Das müsste ich natürlich jetzt normalerweise drehen. Aber hier sehen wir auch, wie wir so gut wie Null Lens Breathing haben mit diesen Objektiven. Also absolute Empfehlung, diese drei Objektive, das 4, 0, 10 bis 20 Millimeter mit Powerzoom, das 1, 4, 15 Millimeter und das 1, 8, 11 Millimeter. Alles drei extrem coole Objektive, extrem gut für das Filmen, extrem gut auf Gimbals. Selbst das Zoom-Objektiv verändert das Gewicht gar nicht. Also die Gewichtsverlagerung ist so gut wie nicht da, sodass wir hier auch beim Gimbal gar nicht nachjustieren müssen, was bei Zooms ja gerne mal passiert. Das heißt, hier kann ich auch hervorragend mit dem Zoom arbeiten. Alle drei geringes Lens Breathing, alle drei mit wirklich hervorragenden, schönen Sternchen dann auch, mit hervorragenden Naheinstellgrenzen. Also eine super, super schöne Erweiterung des Ganzen. Fürs Fotografieren halt das Interessante auch, sehr gut mit kleinen Flächenfiltern ausstattbar. Sehr, sehr schön auch, dass die beiden Festbrennweiten den gleichen Durchmesser haben, sodass ich dann hier auch sehr, sehr schön mit dem Neutralgraufilter, dem variablen Neutralgraufilter dann arbeiten kann. Brauche ich dann einfach nicht zwei verschiedene, dann habe ich das dann direkt mit dabei. Also sehr, sehr coole Geschichte. Absolute Empfehlung, schaut sie euch bei eurem Fotohändler an, egal ob ihr eine Vollformatkamera habt, weil auch dafür sind sie nochmal interessant, wie auch dann die Nutzung an, wofür sie gedacht sind, APS-C Kameras. Kleiner Tipp übrigens noch, der eine oder andere kennt vielleicht den Trick vom 11 bis 18 oder 10 bis 18. Das kann man auch auf der Vollformatkamera bei dem vollen Sensor nehmen. Und kleiner Hinweis, probiert zwar bei eurem Fotohändler mit dem 10 bis 20er an der Vollformatkamera aus, auch da haben wir einen Brennweitenbereich, der voll das komplette Bild auszeichnet. Also sehr, sehr interessante Geschichte. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und guckt euch unbedingt diese tollen Objektive an.